Moin moin, liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports. Ich habe mal wieder eine Frage von einem Zuschauer bekommen. Und zwar, was ist, wenn ich keine Zeit für Mobility habe? Dazu möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar Tipps geben. Wenn ihr wirklich morgens aufsteht, zur Arbeit fahrt und von der Arbeit vielleicht noch einen zweiten Job machen müsst oder eure Kinder abholen müsst oder zur Weiterbildung fahren müsst, egal was, versucht eure Mobility nicht zu vernachlässigen. Das ist das Wichtigste, was ihr am Tag machen könnt. Neben Geld verdienen natürlich. Also, wie kann ich, wenn ich keine Zeit habe, meine Mobility verbessern? Punkt Nummer 1, nimm dir morgens einfach mehr Zeit. Steh ein bisschen früher auf und fang dort schon mal an, deine Basics zu legen für deine Mobility. Alle Gelenke einmal bewegen, einmal ein bisschen in den Flow kommen. Dann wirst du auch merken, du wirst sofort wacher. Du bist sofort besser in den Tag gestartet und dementsprechend kannst du konzentrierter arbeiten. Punkt Nummer 2 ist, wenn du kurze Pausen hast und dir einen Kaffee holen gehst oder du irgendwie in ein anderes Gebäude musst oder den Kunden wechselst, dann nimm dir 5 Minuten Zeit. 5 Minuten reichen wirklich, um deinen ganzen Körper mal zu bewegen. Was kann man dann machen? Mach einfach Lockerungsübungen, hüpf ein bisschen herum. Ich weiß, es ist für viele Leute schwierig, sich erstmal davon auch frei zu machen, vielleicht was andere Leute denken in dem Fall, aber da geht es ja um deine Gesundheit. Da geht es darum, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst über den Tag und auch dich gut fühlst, weil du kennst das bestimmt. Du kommst von der Arbeit, hast vielleicht gesessen die ganze Zeit oder bist die ganze Zeit angestrengt gewesen, hast einen anstrengenden Job und du bist einfach platt, du bist erledigt und was machst du natürlich? Du willst dich ausruhen. Setz dich auf die Couch oder legst dich einfach direkt ins Bett und schläfst. Mach einfach 5 Minuten in den kleinen Pausen, die du hast, alle Gelenke mal durchbewegen. Ein bisschen locker machen, ein bisschen frei machen. Auch wenn du dich dehnst, ist das super. Klar, Mobility ist langfristig gesehen effektiver für deinen Körper, aber auch, wenn du ein bisschen das Blut zirkulieren lässt. Sei es, dass du vielleicht auch einfach mal eine Runde im Park gehst oder, dass du dich dort dann dehnst. Punkt Nummer 3 ist, wenn du auf der Arbeit schon so viel sitzt, dann versuche die Mittagspause im Stehen zu verbringen. Geh raus, geh spazieren oder voll... Punkt Nummer 3 ist, dass... Punkt Nummer 3 ist, wenn du schon im Job die ganze Zeit sitzt und du das Gefühl hast, du willst jetzt einfach nur mental runterkommen, dann ist es besser für dich und deinen Körper, dass du dann stehen bleibst. Bleib stehen, nimm einfach eine andere Position ein und komm aus dieser Sitzhaltung heraus. In der Sitzhaltung ist es häufig so, dass wir dann einfach einfallen. Wir sitzen so am Schreibtisch, tippen in den Computer, sind so am Handy. Da ist klar, dass das langfristig gesehen nicht gut für deine Gelenke ist, weil du einfach deinen Körper nicht so nutzt, wie er zu was er gemacht ist. Weil du deinen Körper nicht so nutzt, zu was er gemacht ist. Demnach, steh auf, geh raus, mach was oder nimm dein Mittagessen mit nach draußen und stell dich dorthin und iss oder stell dich irgendwie in die Cafeteria. Check unten die Infobox aus, wenn du noch mehr über Mobility und Bewegung erfahren willst, sowohl für Sportler als auch für Menschen, die einfach nur im Alltag gesund sein wollen. Da wirst du jeden Tag Videos, Fotos und Tipps und Tricks finden, die sich rund um das Thema bewegen. Und wenn du noch spezifischer an deiner Mobility arbeiten willst, dann schau mal unten in der Infobox, da habe ich dir meine E-Mail-Adresse hingeschrieben. Schreib mir eine Mail, schreib mir, was sind deine Probleme, woran möchtest du arbeiten und dann machen wir einen Termin aus und gucken, wie ich dir helfen kann. Also, ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.